Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 24. April. Heute dabei Google Maps, Google selber, Amazon, Facebook und Apple. Beginnen tun wir mit Google Maps, denn seit gestern sind wieder die Google Maps Autos in Deutschland unterwegs. Das sind die Autos, die in der Vergangenheit unter anderem auch die Fotos für Street View gemacht haben, aber diesmal sollen sie eigentlich nur das Kartenmaterial verbessern, sprich die Straßen überprüfen, auch die Straßennamen gegebenenfalls und dementsprechend ist Google auch ein bisschen defensiv, denn beim Street View damals gab es ja gerade in Deutschland einen großen Aufschrei und es wird auch munter verpixelt dann, die Älteren unter uns mögen sich noch erinnern. Tja, und deswegen gibt es unter anderem auch eine Webseite, wo Google verrät, wo das Auto unterwegs ist. Die ist natürlich in den Links, in den Shownotes, in dem Artikel vom Kashi, seinem Artikel, in seinem Blog. So einfach ist das auch. Und bleiben wir direkt beim Google, beziehungsweise beim Mutterkonzern von Google bei Alphabet, denn die haben Quartalzahlen veröffentlicht. Es ist wieder soweit an der Börse und Alphabet hat alle Zahlen offengelegt, aber die interessanten Zahlen sind natürlich die von Google und die haben einen neuen Rekord wiedergebracht oder beziehungsweise Erwartungen übererfüllt, denn sie sind Jahr zu Jahr, also im ersten Quartal im Vergleich zum vorigen ersten Quartal, im letzten Jahr, 26% haben sie den Umsatz erhöht und das sind dann stolze 31,16 Milliarden US-Dollar. Und das ist ein schneller oder höherer Wachstum, als wenn man das wieder mit dem Jahr davor vergleicht, also vom ersten Quartal 2016 auf das erste Quartal 2017, denn damals waren es nur 22%. Der Rest von Alphabet sieht auch ganz gut aus, also die ganzen anderen Projekte, die Alphabet-Google so hat, die teilweise auch erstmal keinen Gewinn abwerfen sollten. Dort sind trotz allem die Verluste runtergegangen, ein paar Gewinne hochgegangen, aber wie gesagt, der Platzhirsch ist natürlich Google mit dem Suchgeschäft selber und dass die eben die Erwartungen übertroffen haben, ist insofern auch noch beeindruckend, denn generell die Preise für so einen Klick sind nämlich rückläufig. Wer sich die ganzen Zahlen angucken möchte, auch da wieder ab in die Shownotes zu dem Link von TechCrunch. Nächstes Thema, Amazon. Die arbeiten nun seit kurzem anscheinend, oder auch schon vielleicht seit längerem heimlich, aber jetzt seit kurzem sehr eindeutig, an einem Heimroboter. Keiner weiß so richtig, was der machen soll, aber sie haben auf jeden Fall die Abteilung aufgebaut und anscheinend sollen die Roboter erstmal bei Google-Mitarbeitern getestet werden und dann könnten sie schon Anfang 2019 released werden und für Leute zu kaufen sein. Viel weiß man eben nicht. Man vermutet, dass entsprechend halt Funktionalität für eine Alexa und sowas natürlich eingebaut sein wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Jeff Bezos ist ja ein großer Roboter-Freund, von daher, ich rechne da mit allem. Facebook, die haben ja im Rahmen des ganzen Skandals auch rund um die Wahlmanipulation oder Beeinflussung in den USA unter anderem versprochen, dass sie ihre Anzeigenkampagnen, also die politischen Anzeigenkampagnen, auch nochmal überarbeiten wollen, wie die auf Facebook geschaltet werden. Und das ist jetzt passiert, denn in den USA startet jetzt ein Authentifizierungsprozess, wenn man eine politische Anzeigenkampagne auf Facebook schalten möchte. Dort muss man nämlich jetzt wirklich angeben, wo man ist, nicht wo man ist, also wer man ist und wo man wohnt, besser gesagt. Und wenn man also nicht die Partei ist, sondern für eine Partei etwas schaltet, also ein Political Advisor beispielsweise, dann muss man auch belegen, woher das Geld kommt für die Anzeige mit dem politischen Inhalt, die man schalten möchte. Klingt alles erstmal sehr kompliziert, ich glaube aber, es ist schon der richtige Weg. Und gerade in den USA, wo auch diese ganze Art von Kampagnen, politischen Kampagnen, ganz anders sind auf einem anderen Level als bei uns in Deutschland, ist, glaube ich, sowas dann auch wirklich sehr wichtig und das gucken wir uns auch mal weiter an und vielleicht betrifft es uns ja dann auch irgendwann hier in Europa. Was uns aber in Europa betrifft, ist die EU, also die European Union, die ja ab und zu durchaus mal auch einen kritischen Blick auf irgendwelche Sachen wirft, die so im Tech-Business passieren. Und das tun sie nämlich erneut und sie gucken sich nämlich den Übernahmedeal von Apple von Shazam an. Also Apple wollte ja Shazam übernehmen, der Dienst, mit dem man Lieder erkennen kann. Und die EU guckt sich das mal an, denn Apple ist ja mittlerweile mit Apple Music der zweitgrößte Streaming-Dienst in Europa, nach Spotify logischerweise. Und Shazam macht zwar was komplett anderes, aber die EU vermutet, dass mit Shazam noch mehr Leute zu Apple Music hingeleitet werden könnten. Was auch Sinn machen würde, meiner Meinung nach, wenn man so einen Dienst übernimmt. Aber das würde halt bedeuten, dass die anderen Streaming-Dienste einen Nachteil haben. Und gegebenenfalls müsste das entsprechend auch verhindert werden durch den Gesetzgeber. Gucken wir mal, was daraus wird. Ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von Überreglementierungen, aber manchmal macht es mal Sinn. Hier hätte ich es jetzt eher nicht erwartet, aber wie gesagt, schauen wir mal. Und das war es auch schon für heute. Eher ein ruhiger Tag an News. Von daher, kommt gut in den Dienstag und wir hören uns hoffentlich dann morgen am Mittwoch wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.